Wir sind hier auf der IWA angekommen, auf der internationalen Waffenausstellung. Hier sind ganz tolle Neuigkeiten, unter anderem ein neues Schießsystem mit vielen anderen Schießsystemen. Und eins davon, das ist ganz besonders spannend, da hat man bewegte Ziele und das zeigen wir euch jetzt. Jede Menge neue Airsoft-Waffen. Aber wo sind eigentlich die coolen Ziele geblieben? Ich habe mich auf die Suche gemacht und die Dark Rekker-Box gefunden. Die computergesteuerte Schießsportanlage bietet attraktive Ziele für Airsoft-Spieler, Freizeit- und Hobbyschützen. Aber seht selbst. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ich einen Platz habe, dann kaufe ich mir auch einen. Wenn meine Frau mir das erlaubt. Doch ist auf jeden Fall eine Sache, würde ich empfehlen. Macht Spaß. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Für ein Schießkino auf jeden Fall eine feine Sache, weil es macht Spaß, man hat bewegliche Ziele, die sich immer wieder aufstellen, kann mit seinen Freunden auch in verschiedenen Modi spielen. Können Sie mich begeistern. Tut es auch. Schießkino auf jeden Fall. Schießkino auf jeden Fall. Dann noch. Schießkino auf jeden Fall. Schießkino auf jeden Fall.